herzlich willkommen auf meinem kanal als erstes muss ich euch mal danken dass wir schon die zwölf abonnenten haben ich wollte schon lang mal ein 10 abonnenten special machen aber da wollte ich euch ein privates auto zeigen so ein carborn zusammen schneiden aber es ist jetzt wieder in der werkstatt deswegen habe ich mir jetzt überlegt als special mache ich dass diese woche vier videos rauskommen jedes video geht über ein anderes spiel und dass ich das mit meinem auto mit meinem privatauto dann sobald ich es wieder habe nachreiche tue das heißt diese woche kommen vier videos für euch heute fangen wir an mit noch mal ein fifa video da habe ich mal so vor highlights zusammengeschnitten es sind jetzt nicht die über krassen tore aber es sind schon das ein oder andere schon ein sehr schönes tor ich hoffe euch gefällt ihr dürft gerne like kommentieren und abonnieren nicht vergessen falls ihr kein video mehr verpassen wollt und in diesem sinne viel spaß dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier habe ich euch jetzt nochmal eine Spielhälfte aufgenommen Da habe ich zwei Tore geschossen, war gar nicht so schlecht Das tue ich jetzt hier hinter dran noch hin machen Ich hoffe es hat euch die Highlights gefallen von den Toren Ich hoffe ihr habt sehr viel Spaß mit dem Video In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal I've been flying from town to town I've been all around the globe trying to protect your soul I've been all around the globe I've been all around the globe I've been all around the globe Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.